Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Sticks. Wir nehmen das Ganze jetzt mal so um die zwei Wochen später auf als zufällst du mal, ne? Ich glaube sogar länger. Ja, sagen wir mal mindestens zwei Wochen. Und wir reden einfach mal mit Heli drin. Ich habe ungefähr eine Wahrnehmung, was für eine Story hier passiert. Ich wünsche es war. Wie habe ich wissen, dass du mich aufhörst? Du hast mich nicht aufhörst, dass ich mich aufhörst. Easy, big girl. Ich werde dich aufhörst, wenn ich mich aufhörst. Warum haben sie es bloß an auf dem Sektor gesehen? Ich bin einfach ruhig, ganz nett. Es ist einfach ruhig. Ich will die Story genießen. Das ist wahrscheinlich was die Elf auch wollte. Korin-Gara ist eine Fortress. Es ist kein Weg, dass ich meinen Weg in forzen kann. Hey! Du meinst, wir. Ich bin ein Ries-Wert, ein fucking shape-shifting-Elf. Elfs können nicht shape-shifting, das ist unmöglich. Genau. Und Goblins können auch nicht sprechen. Ein Merchantschip? Wir, auch, werden wir die Formen ändern. In ein Merchantschip. Und ich will die Elf auch aufhörst, weil jetzt ist es persönlich. Oh shit. Oh shit. So, wo ist das Handelschiff? Okay. Okay, wir müssen hier rein. Okay, ja. Easy. Aha. Mission 2. Koranga. Mhm. Den Text da lese ich nicht. Kein Bock. Lädt. Mhm. Geil. Geiler Text. Fett. 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 Alter, ich hab's ein Ladebildschirm. Warum denn? Weil die ultra lame sind. Du kannst ja Fahrstuhlmusik dazu einblenden. Weil du die Videos auch bearbeitest. Tö Pö 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 PAtiny. Du Hetterschiase öffnen Bitte stregen Sie aus. Du Húo. W777ロ�� reicht jetzt sehr in die Husten. Fett. W777 Das ist schon 7,3 utilise Versen. Behold, the Fortress of Khorangar. Khorangar. Alter, hast du das gerade gesehen, wie die ganzen Texturen nachladen mussten? Nein. Das Spiel ist super. Das passiert hier nicht. Ich werde dich auf ein selbes Platz verbrechen. Sehr geil. Oh mein Gott, Nippel. Da ist Nippel im Bild. Alter, ein Zollbüro? Ja, wir müssen jetzt erst mal beantragen, dass wir parken dürfen mit dem Schiff. Alter. Die sind wohl aus der EU ausgestiegen. Ja, gar nicht. Ich hab bloß kein Brexit. Nein. Wusstest du eigentlich, dass Avocados gefährlich sind? Ja. Ja, du kannst ja nämlich durch ihre Schale in deine Hand schneiden. Das sind ja mega gesternig. Wusstest du, dass du das Messer scharf sind? Nee, es gibt auch stumpfe Messer. An dem kannst du dich aber trotzdem schneiden. Nee. Nicht, wenn die Klinge abgebrochen ist. Du kannst dich ja trotzdem schneiden. Ja. Jetzt kotzt mich aus, Alter. Weißt du, ich hab mich vorhin voll geheilt, weil ich dieses... Nee. fast nur töten geskillt ist doch egal doppelte herausforderung wo müssen wir hin wir müssen nach da okay okay hier ist doch easy weg hier sehen doch schon ist überhaupt einer haben wir die szene hier das war doch im trailer oder ich würde die alarmglocke manipulieren warum kann man nicht an der wand entlang das so mit r2 kann ich entdeckung soll ich den töten okay warte warte wie viel wie viel wollen wir pro abschnitt töten dürfen das hier sind insgesamt so was ich erzähle sieben leute die sicht ging die noch mal pro abschnitt zwei leute töten alle guten dinge sind drei jeder darf drei pro kapitel oder pro das ist hier ein abschnitt wenn jeder von uns drei töten darf es wieder ein bisschen viel dann machen wir drei pro kapitel kapitel ist also kapitel ist krass mehr weil dadurch wird in dieser position dieser drei leute drücken wir wissen nämlich was kommt das ist noch ein bisschen klauen hier ich meine ist ja nicht so als würden wir jetzt nach zwei wochen hier wo hast und schatten gesammelt zwei wochen hier nichts wir sind fall eingespielt wir können ja auch challenge machen wer als erster da ist er hat gewonnen das ist ja noch drohen doch was wir machen challenge dann hier auf falsche taste ich wollte ich wollte gucken wo ich noch mal magie machen könnte aber hab gern gefiffen nein mich hat man nicht gesehen ich schaffe mal ich mach die jetzt ein bisschen weg komm bloß nicht hier zu mir das ist ein todesvater durch fallen leute töten ist aber zählt aber nicht zum kill selber dazu oder ne ne würde ich nicht sagen sind die die sind jetzt alle hier bei mir in der nähe oder hier ist einer ist ihnen schon ich bin tot ich habe gerade noch vergiftet alter das war doch mal ein frischer start und zwar rennen egal egal komm mal da jetzt stimmt ja ich hab's vergiftet fall jetzt gelogen fall fall jetzt runter fall runter fall runter fall runter ich muss alles probieren okay oh fuck ja guck gleich gleich gleiche ähnlich oder ah lol der sieg gleich in ich dachte du willst deinen kameraden retten äh den kameraden wegschläufen aber nein faulhase sack ich habe den mit einem mal manipuliert okay ich hab Angst dass jemand in ey ne ihr wollt mich doch verarschen oder fuck you ey was kannst du eigentlich ja wenn du dir hier anlokst alter ich bin weggelaufen weiß nicht wo dein problem lag ja tut mir leid dass da ständig irgendjemand war alles deine schuld ey man bruh ups ich will looten fuck you es funktioniert drei ach so ich habe einen special beige gefunden den man hätte für früher nehmen können wow wow da unten da war ich übrigens schon wow vorsicht da ist jemand am schnitzeln da kommt doch jemand von der anderen seite ja wir jetzt beide links und rechts rumlaufen darf ich rennen so okay ja okay der schneidet wieder warte wie benutze ich jetzt gegenstände doch schon meine ich wie ging das nochmal l2 gut jetzt habe ich aber ein problem vorsicht knappe kässe was denn ich kann ein problem nicht wie werfe ich denn nochmal gegenstände keine ahnung bisschen nichts mehr hier ist doch sand und gut oh ne fuck hier neben mir war ja einer das ist sehr geil This is the easiest game of my life. Oh, you're dead. I have a dagger in my head. This is the dagger of my life. Hey, what is this? That was close. They both have no life anymore. Oh, cool. I will give you no life to give. Kennt the guy there? Yeah. It looks like. There is the alarm clock. Yeah, there is the alarm clock. Yeah, I also. But we don't want to see each other. How nice of you. Oh, yeah, that's a small thing. We can, we can on the wall climb. It's of course a bit risky, but... It's doable. Fuck. Also, weißt du jetzt, wie mein Gegenstande wirft? Nein. Oh, fuck you. Oh, zum Glück hat der denn mich gesehen. Okay. Alles klar, beruf mich einfach durch. Wie hat der denn mich gesehen? Hallo! Stirb nicht. Versteck dich. Nein! Versteck dich unter den Tisch. Alter, was kannst du eigentlich? Nicht erwischt werden im Gegensatz zu dir. Ja, ich wollte halt wissen, wie man scheiß Gegenstände wirft. Oh, ey. Wie viele Gegenstände pfeifen? Boah, wie wirft man sie jetzt? Hast du deswegen jetzt rausgefunden? Nö. Wow. Ja, dachte ich mir auch. Hast ja was erreicht in deinem Leben. Definitiv. Anfang easy peasy. Kann ja nur besser werden. Übrigens, in Shakes and Fidget bin ich mit dabei in Level 48. Alter, ich bin Level 191. Ja, wie lange spielst du denn das Spiel? Seit letztem Jahr? Sieh, siehste vor September? Nee, spielst du? Seit wann spiel ich das? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, du spielst du schon länger. Ey, definitiv. Ich hab meine Stats-Game mittlerweile ziemlich gut klar. Keine Ahnung. Guck mich dich nicht an. Oh, danke. Willst du jetzt spawnen oder soll ich mich mal heilen? Ich spawn jetzt, Alter. Okay, dann heil ich mich danach. Ja, klar. Ich bin aber in so einem schönen Bildschirm festgehangen. Das sieht sehr lustig aus. Da, wo die eine Wache steht, kann man lang. Ich kann aber nicht kommen. Irgendwie ist das... Du siehst aber, was ich mache, oder? Nee, nee. Ich hab eine einzige Sicht. Und die ist gegen ne fucking Mauer. Ich glaub, ich seh dich irgendwie. Ich glaub, ich... Die Kamera ist jetzt in hier drin. Hast du irgendwas gemacht? Nee, eigentlich gar nichts. Okay, dann... Kannst du mich nochmal neu in die Sitzung einladen? Kann ich machen, ja. Okay. Wurde grad gesehen. Perfekt. Ach komm. Oh, ich hab ja dann kariert. Ich hab jetzt aber auch verkauft, ne doppelt Peperoni-Pizza mit Käse. Ja. Falls mir das so auffällt. Nö. Du hast dreimal raten, was ich vergessen hab zu starten. Den Timer. Jep. Loll. Und damals ist... Äh, was ist... Alles klar. Ich frag nicht weiter nach. Alles cool. Äh, ich hoffe einfach mal, dass wir das mit den Spiele einladen nicht aufgenommen wird, ne? Sonst sieht man nämlich deinen Namen. Dann sieht man den nicht so... Dachte man jetzt mal einen richtigen Namen. Genau, mit Nachnamen. Fresse. Stört dich das aber nicht, weil wenn ich ja mache, ich möchte ihn nur das rauszuschneiden. Ich will ein Prozent auf deinem Besten. Alles cool. Konntest du jetzt eigentlich schon... Vielleicht ätten mich ja ein paar Leute. Ja, naja, bin grad im Ladebildschirm. Ja gut, mir ist eigentlich auch egal, ob die Leute meinen Nachnamen kennen. Den können die Indie aussprechen. Äh. Dein Nachname ist ein einziges Mysterium. By the way, ich hab ja, ähm... Blue Exorcist, zweite Staffel durch. Endlich. Es ist ja eigentlich keine richtige zweite Staffel, also... Das war die Story echt. Du hast schon wieder gesehen, ne? Voll sonnen. Ich bin ein bisschen entfeucht. Okay, das klappt nicht. Einer hat nicht viele Messer. Werfen sechs Leute auf mich mit Messern. Bist du jetzt endlich mal drin? Ich bin immer noch im Ladebildschirm. Kennst du noch Stix? Musst dir so ultra high definition Grafik... Stix? Stix? Nein, nein, das Spiel muss die Hälfte laden, damit es spielbar ist. Und dann noch den Rett. Bro. Wie werf ich dich? Da bin ich! Ah! Der Typ sieht dich! Der Typ sieht dich! Ich lenk ihn ab! Ja... Blastet! Äh... Loll... Fick dich! Ich sag einfach nichts dafür. Alter, warum bist du zu mir gerannt? Pisser! Boah, wann haben wir denn 25 Minuten erreicht? Echt schwer zu sagen. Mach einfach noch 10 Minuten. Oder... 12, 13 Minuten. Ich mach noch 5. Ganz einfach. Wirst du eventuell nur 15 oder 20 Minuten parten. Ist mir auch egal. Dann gibt's dann im Tag noch irgendwas anderes oder es kommt noch was zweites an. Okay, oder so. Ja. Du wirst auch Überlänge machen. Drei Stunden später. Ja... Folge 5 ist beendet. Immer noch im selben Level. Alter, ich hab mir grad in die Hosen geschissen. Krass. Weißt du, wenn man so will, kann man ja sagen, wenn wir da oben im Fenster drin sind, sind wir im nächsten Abschnitt, ne? Das heißt theoretisch kann man jetzt 6 Kills holen. Aber hey. Aber hey. Scheiße hier. Ja. Aber weißt du das alles? Ey, ich bin weiter. Ich hab einen Weg gefunden. Ich hab einen Weg gefunden. Du kannst mich nochmal einladen, bitch. Nein. Nein. Ich bin nämlich beleidigt. Kannst du sowas mal vergessen? Du kannst mich nochmal einladen, bitch. Nee. Immer noch nicht. Alter, ich hab Mitch gesagt. Nenn mich gefälligst Junge, du alter Sack, du. Lauch. Du machst Sascha echt Konkurrenz. Fettsack. Ich bin nicht fett. Ich bin nur etwas dicker als die anderen. Ich bin natürlich puren tief rein. Dünn. Fett. Wie kann ich dünn und fett zu leicht sein? Weil du nur fett bist. Fett. 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 Und der ist lädt. 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 Einen dring ich jetzt um ganz im Ernst. So, komm. Alter, dein Ernst. Ich bin ein Tag schon hier. Ja, einer bin jetzt umgebracht. Nee, alter. Nee, aus taktischen Gründen. Ich seh... Ich seh das einfach nicht ein. Du killst einfach Menschen. Das sind Lebewesen. Nein, das war glaube ich dein Elf. Ist ja noch schlimmer. Ey. Asche auf dein Haupt. Yo, 91 Prozent. Und das Spiel stehen geblieben. Ich hasse das Game. Verbindung getrennt. Oh, nein, 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 nein. Echt jetzt? Ja. Ja. Ich hätte gesagt, ich spiele es einfach viel zu krass. Das sind echt zu fette Texturen für die normale PS4. Die kommt einfach nicht klar damit. Die kann mich aber mit dem Seil ein Stück runterlassen. Ach so. Okay, wir können es gerne noch mal probieren, wenn du mich noch mal einlädst. Vielleicht kann ich auch die alte Einladung nehmen. Warte mal. Ich hoffe es doch. Jo, ich kann auch die alte Einladung nehmen. Correct amongo. Also das ist ja eigentlich jetzt zu 80 Prozent Solo LP. Ich bin einfach nur Kommentator. Jo, ich bin doch schon im Fenster da, also. Ach, sehr geil. Kannst du dich noch ein letztes Mal erinnern, da wo ich kurz vor Ende rausgeschmissen wurde? Ja. Dann bin ich ja, dann bin ich ja wiederum knapp vorm Ende, bin ich ja wieder reingekommen. Das Geile daran ist, ich habe eine Trophäe bekommen dafür nicht gesehen zu werden und ich glaube auch keinen zu töten. Das ist fett. Ja. Das ist fett. Wie mache ich das hier? Ah, der geht weg. Na bitte, hat sich meine Frage geklärt? Jo. Ich habe das nicht gehört. 91,1 Prozent. Und der Bildschirm ist wieder eingefreezed. Und gleich steht da bestimmt wieder, Verbindung getrennt. Wie gesagt, das ist eindeutig ein Solo LP. Okay, was mache ich hier noch eigentlich? Kannst du mich einladen? Echt jetzt? Na, deine eine Anladung ist total rotz. Sehr gut, wollen wir das dann einfach für heute lassen. Also ich mache, ich zuerst einen Punkt zum Speichern aus und wir machen das ein andermal. Dann wird der Komma auch ein paar Tage gerne folgen mir, weil ich habe ehrlich gesagt auch gerade nicht so gut drin Lust auf Sticks. Ähm, ich weiß mir egal. Ja, also warte. Fälsche die Schiffsliste. Puh. Shit. Shit. Ich schilder war ja direkt neben mir. Fälscher gerade schon in die Liste. Ja, klar, mach das. Wurde gerade noch entdeckt. Speicher gleich. Eigentlich bin ich gerade safe. Wo willst du noch abklingen? Da kann ich speichern und dann höre ich auf. Ja. Schöne Runde. Schöne kleine Runde Sticks. Und darauf kenne ich mir jetzt erstmal einen Montemix. Ey, ein Knabbermix. So, dann würde ich mir sagen, fehler fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch eine Bewertung da oder einen Kommentar. Und dann bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.